Wir denken im Besonderen an die Kinder, die neu in die Schule kommen, an die anderen, die etwas Neues beginnen, so wie Alex das eben schon gesagt hat. Neuanfänge gibt es im Leben immer wieder. Man beginnt eine Ausbildung, man wechselt die Stelle, ein Studium steht an, irgendwann vielleicht der Ruhestand, wo man sich auch wieder neu orientieren muss, wo man neu anfangen muss. Manchmal ist es ganz offensichtlich, so wie bei den Schülern, die hat jetzt niemand gefragt, ob sie in die Schule gehen wollen, die müssen, wir haben eine Schulpflicht und dann ist der neue Anfang einfach dran. Manchmal spürt man, dass irgendwie ein neuer Anfang dran ist, man weiß noch nicht so genau, wie es wird, man ist irgendwo so dazwischen und manchmal gibt es auch Dinge, die uns belasten und beschweren, die es uns nicht ganz so einfach machen, so einem neuen Anfang fröhlich und hoffnungsvoll gegenüber zu treten. Und genau darum soll es heute in der Predigt gehen, um einen Neuanfang mit Hindernissen. Und die Frage ist dabei, wie gehen wir mit diesen Hindernissen um? Was machen diese Hindernisse mit uns und wie schaffen wir es dennoch dann, diesen neuen Anfang zu wagen? Ich möchte mit euch eintauchen in die Geschichte aus dem Buch Exodus. Exodus ist das Buch, das auch zweite Mose genannt wird. Es beinhaltet den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und das ist die große Befreiungstat im Alten Testament, die zentral in der Geschichte Israels ist, an die immer wieder erinnert wird, die ja eine ganz hohe Bedeutung hat für das Volk Israel. Sie lebten als Sklaven in Ägypten und Gott wollte sie herausführen in ein neues Leben, einen neuen Anfang wagen. Und dazu beruft er Mose und beruft auch andere. Gott handelt durch sie. Und dieser gesamte Auszug aus Ägypten, aus dieser Sklaverei, aus der Knechtschaft, das ist ein ganz starkes Bild auch für uns, ein ganz starkes Bild für einen Neuanfang heraus, aus dem Alten hinein in ein neues Leben. Und im Großen und Ganzen geschieht das, wenn wir dann ins neue Testament schauen, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Wenn er anfängt zu begreifen, was Jesus für uns getan hat und dem Vertrauen schenkt, dann beginnt ein neues Leben, wenn man anfängt darauf zu bauen. Und im Kleinen gibt es aber auch immer wieder Neuanfänge in unserem Leben. Situationen, wo Gott uns auf neue Wege ruft, dass wir vielleicht bekannte, vielleicht ausgetretene Pfade verlassen und Neues wagen. Und eine Sache ist dann ganz klar, immer wenn das passiert, wenn Gott Menschen herausruft in etwas Neues, dann gibt es da Hindernisse. Es gibt keinen Neuanfang ohne Hindernisse. Und so lasst uns so ein bisschen eintauchen in diese Geschichte, die das Alte Testament uns schildert und sehen, was dort passiert. Ich werde jetzt nicht auf die gesamte Geschichte eingehen können. Ich möchte eine Sequenz herausgreifen. Und hier geht es in diesem Text, den ich gleich lesen werde, in drei Abschnitten zunächst einmal einfach um diese Hindernisse beim Neuanfang. Und ich starte mit 2. Mose 14, die Verse fünf bis neun. Als dem König von Ägypten mitgeteilt wurde, dass die Israeliten geflohen waren, änderte er und seinem Minister ihren Sinn. Wie konnten wir nur diese israelitischen Sklaven ziehen lassen, fragten sie sich. Der Pharao ließ seinen Streitwagen anspannen und brach mit seinen Kriegern auf. Er nahm 600 der besten ägyptischen Streitwagen sowie alle übrigen verfügbaren Streitwagen Ägyptens mit, bemannt mit den besten Kriegern. Der Herr hatte das Herz des Pharaos hart gemacht und so jagte dieser den Israeliten nach, obwohl sie das Land kampfbereit verlassen hatten. So jagte das ganze Heer der Ägypter, alle Pferde, Streitwagen, Reiter und Krieger des Pharaos ihnen nach. Bei Pihariot gegenüber von Balsephon holten sie die Israeliten ein, die dort ihr Lager aufgeschlagen hatten. Ich fand es super spannend eben. Die Kinder wurden innen befragt, wie sie diesem Neuanfang gegenüberstehen. Freuen sie sich drauf, auf die Schule oder nicht? Und es gibt so ein bisschen geteilte Meinungen und wir merken, so ein Neuanfang, der macht etwas mit uns. Wir müssen da irgendwie in neues Land gehen. Wir müssen etwas Neues wagen. Wir wissen nicht, wie es werden wird und das ist eine Herausforderung. Die Schüler ganz praktisch, sie müssen sich im neuen Schulsystem zurechtfinden da erst mal. Wir haben gehört, manche haben schon Freunde, die mit in die Klasse kommen. Andere kennen niemanden, der in die Klasse mitkommt. Man muss neue Freunde finden, neue Bekanntschaften knüpfen. Es sind Herausforderungen da. Ältere Menschen, die in den Ruhestand gehen, die müssen sich damit auseinandersetzen. Wie gestalte ich jetzt mein Leben? Was ist jetzt, wenn die Arbeit, die vorher so einen großen Teil meines Alltags ausgefüllt hat, nicht mehr da ist? Wie komme ich zurecht? Wie finde ich eine sinnvolle Beschäftigung? Man muss sich auf neue Dinge einstellen in jedem Lebensalter. Und wenn Dinge dann nicht optimal laufen, wenn Probleme auftreten, wenn dann irgendwie das Ganze schwierig wird, was macht das dann mit uns? In dieser Geschichte, die ich hier gelesen habe, da ist Mose vorher der Einladung Gottes gefolgt. Gott hat ihn herausgerufen, hat gesagt, du sollst mein Volk herausführen in neues Land. Und Mose ist losgezogen. Er beteiligt sich an Gottes Wirken. Er tritt dem Pharao gegenüber, was er sich vorher hätte niemals ausmalen können. Aber Gott schenkt ihm die Kraft, die Befähigung, das zu tun. Und Mose sagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao, der will natürlich erst mal nicht. Warum soll er so viele günstige Arbeitskräfte einfach ziehen lassen? Aber dann die ganze Geschichte zieht sich so ein bisschen. Gott leistet Überzeugungsarbeit, hat ziemlich gute Argumente mit zehn Plagen. Und am Ende sagt der Pharao, na gut, dann geht, zieht euren Weg. Und irgendwie, es war ein langer, steiniger Weg bis dahin. Und irgendwie ist das so, wahrscheinlich das Gefühl im Volk da, endlich, endlich ist dieser neue Anfang da. Endlich können wir in das Land ziehen, das Gott uns zeigen will. Und dann passiert das hier. Die Stimmung kippt. Der Pharao hat aus den zehn Plagen nichts gelernt. Er ändert seine Meinung, die Israeliten friedlich ziehen zu lassen. Er mobilisiert sein gesamtes Heer. Alle Streitkräfte des Landes werden zusammengepackt. Und er sagt sich, jetzt jagen wir ihn hinterher. Und natürlich, wenn man das jetzt einfach auf militärischer Seite betrachtet, haben die Hebräer, die dort als Sippe ausgezogen sind, nicht den Hauch einer Chance, gegen diese Ägypter zu bestehen. Sie haben keine Chance. Es ist keine Hoffnung da. Dazu haben sie gerade das Meer erreicht und sie sind in einer Sackgasse. Es geht nicht vor, es geht nicht zurück. Sie können nirgendwo hin. Es gibt keinen Ausweg. Wahrscheinlich macht sich Panik breit im Volk, als sie nach vielem überlegen, nach Abwägen feststellen, wir kommen hier nicht weg. Wir haben keine Chance. Und da kommt der Pharao mit seinen Streit her, angerast. Und vielleicht, wenn du über diese Situation nachdenkst, vielleicht fällt dir auch eine Situation aus deinem Leben ein, wo es dir manchmal ähnlich geht. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben eine Situation, wo du keinen Ausweg siehst, wo du denkst, Mensch, da geht es mir ganz genauso. Da bin ich einen Weg gegangen und da bin ich irgendwie in der Sackgasse gelandet und da gibt es jetzt keinen Weg mehr raus. Es geht nicht nach vorne, es geht nicht nach hinten. Ich bin mit dem Rücken an die Wand gestellt, eingekerkert zwischen verschiedenen Dingen. Vielleicht sind es verschiedene Ansprüche und Erwartungen von uns selbst oder von anderen, die uns an die Wand drücken. Vielleicht im Berufsleben, in der Schule, in unseren Beziehungen, vielleicht in der Ehe oder auch in unserem Glaubensleben. Und du sagst dir nur noch, es hätte doch irgendwie ganz anders laufen sollen. Das war doch irgendwie der neue Weg und es schien alles so, dass alles funktioniert und jetzt bin ich in diese Situation gekommen und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es ist ziemlich hoffnungslos. Wenn das so ist, dann wird es auch in unserem Leben so sein, dass diese angespannte Situation irgendetwas in uns hervorruft, irgendetwas mit uns macht, irgendwelche Reaktionen hervorbringt. So ist es immer. Eine Krise zeigt den Charakter. So soll Helmut Schmidt das mal gesagt haben. In der Krise zeigt sich der Charakter. In Krisen wird sichtbar, was unserem Leben Halt gibt oder vielleicht auch, wo der Halt so ein bisschen fehlt. Wie reagierst du in so einer Situation, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, wenn du alle Möglichkeiten abgeklappert hast und einfach nur hoffnungslos da bist? Lasst uns schauen, wie die Israeliten reagieren, was dort passiert, dann in den nächsten Versen. Ich lese weiter die Verse 10 bis 12. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor. Hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Eine angespannte Situation bringt immer Reaktionen in uns und den anderen. Was ist die Reaktion hier? Die erste Reaktion, die wir hier beobachten können, ist, sie bekamen große Angst und schreien zu Gott. Und es ist natürlich immer so, wenn Angst in unserem Leben die Überhand gewinnt, dann schreien wir zu Gott, dann beten wir. Der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Die Angst wendet sich automatisch zu Gott und sie sagt, ich brauche Hilfe. In einem Flugzeug, das in Turbulenzen gerät, so sagt ein Sprichwort, gibt es keine Atheisten. Plötzlich ruft jeder zu Gott und sagt, hey, irgendwie, jetzt ist es wirklich, es geht wirklich um alles und bitte hilf. An was auch immer man da denkt. Fakt ist, die Angst findet ein Ventil und wir sind eingeladen, unsere Angst und unsere Sorgen bei Gott loszulassen. Das finden wir immer wieder in der Bibel, dass Gott uns einlädt, mit unserer Angst und mit unseren Sorgen zu ihm zu kommen. Sie bei ihm abzuladen. Deshalb möchte ich dich auch heute ermutigen, wenn du in deiner Situation vielleicht gerade Angst hast, dann gib sie Gott ab. Bring sie zu Gott und lass sie bei Gott. Leg deine Sorge bei ihm ab. Dieser Satz, den wir heute schon in der Losung gehört haben. Fürchte dich nicht. Das ist der Losung des heutigen Tages. Der wird circa 120 Mal in der Bibel wiederholt. Immer wieder sagt Gott, fürchte dich nicht. Das ist natürlich eine Überlegung wert, warum Gott uns diesen Aufruf gibt, warum er uns dazu einlädt, uns nicht zu fürchten, aber dazu kommen wir dann später in diesem Text. Ganz besonders oft steht dieser Satz im Zusammenhang mit Neuanfängen. Da, wo etwas Neues auf uns zukommt, da, wo Angst dann vielleicht auch so uns angreift, wo wir nicht wissen, wie wird es werden. Ganz besonders oft steht da diese Aussage, fürchte dich nicht, denn Gott ist bei dir. Du kennst deinen Gott und du weißt, dass er mit dir ist. Deshalb auch die neuen Schüler, die jetzt im Kindergottesdienst sind, sie müssen sich nicht fürchten. Das dürft ihr ihnen als Eltern auch mitgeben. Gott ist mit ihnen. Sich nicht zu fürchten und Gott zu vertrauen, das ist allerdings nicht ganz so einfach. Nicht wahr? Ich weiß nicht, wer von sich sagen kann, ich bin vollkommen ohne Angst. Ich fürchte auf dieser Welt nichts, außer Gott und sonst nichts. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, denn die Angst kommt. Sie ist menschlich, sie passiert ganz automatisch in unserem Leben. Man muss eigentlich nur den Fernseher anmachen und die Nachrichten anschauen. Man muss vielleicht nur den Arzt besuchen oder manche müssen einfach nur aufs Bankkonto sehen und schon ist Angst da. Schon fragt man sich, wie soll das weitergehen? Wie soll das werden? Wie komme ich damit klar mit diesen Dingen? Angst ist unsere ganz natürliche menschliche Reaktion. Aber Gott ruft uns nicht zur Angst auf. Gott ruft uns in 2. Timotheus 1, Vers 7 zu folgendem auf. Er sagt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht oder den Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieser Geist lebt in uns, liebe Gemeinde. Dieser Geist wirkt in uns mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Besonnenheit. Und deshalb können wir der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit und der Angst etwas entgegensetzen, das stärker ist, dass diese überwinden wird. In dieser Geschichte kommt es mir dann allerdings so vor, als wenn die Israeliten zwar Angst hatten, als wenn sie auch zu Gott geschrien haben, aber sie haben ihre Angst nicht wirklich bei Gott gelassen. Sie haben sie zu Gott geschrien, aber sie haben sie irgendwie auch wieder mitgenommen. Sie haben sie irgendwie behalten, diese Angst, die sie überfallen hat. Und wenn Angst bei uns bleibt, wenn Angst in uns bleibt, dann wird sie sich immer andere Ventile suchen. Dann wird sie immer an einer anderen Stelle mit einem neuen Gewand rauskommen, mit einem neuen Gesicht. Und deshalb lasst uns weiterschauen. Da kommen noch mehrere Reaktionen. Die Israeliten reagieren dann weiter mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen. Sie wenden sich an Moser und sagen, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Und das ist aus meiner Sicht nicht einfach nur so ein Vorwurf, sondern es ist auf der einen Seite schon eine richtige Unterstellung. Hast du uns hierher gebracht, damit wir hier sterben? War das etwa dein Plan? Hast du das gewollt? Und dieser Vorwurf, der kommt schon ziemlich scharf rüber, ziemlich sarkastisch auch. Man spürt den Worten diese Bitterkeit ab, die dort geherrscht hat. Wenn man keinen Ausweg sieht, dann kann man manchmal bitter werden und da kann Sarkasmus sich breit machen, der sich hier ausdrückt mit den Worten, gab es nicht genug Gräber für uns in Ägypten. Man spürt den Worten die Verzweiflung ab. Und Mose bekommt den Frust hier ab. Vorwürfe, Schuldzuweisungen. Warum hast du uns das angetan? Mose wird persönlich dafür haftbar gemacht. Und ich denke, Schuldzuweisungen sind allzu menschlich. Wir Menschen brauchen irgendwie dieses Konstrukt, dass wir denken, wer hat jetzt Schuld? Wer hat jetzt was falsch gemacht? Wem können wir das nachweisen? Wen können wir dafür zurechtweisen? Aber Schuldzuweisungen bringen eigentlich nur selten weiter. Ich bin schon der Meinung, dass Schuld benannt werden muss. Aber diese Schuldzuweisungen bringen einen irgendwie nicht weiter, wenn sie so passieren wie hier. Du hast uns in diese Situation geführt. Du bist Schuld. Das ist sehr kurzsichtig an dieser Stelle. Betrachtet man das ganze Bild, die ganze Geschichte, wird klar, Mose ist beteiligt, aber Gott ist am Werk und Gott ruft sein Volk von der alten Knechtschaft in ein freies, neues Leben. Und da gibt es eben Hindernisse, die überwunden werden müssen. Aber die Israeliten sind in ihrer Angst blind für das Wirken Gottes und vertrauen diesem Gott nicht mehr. Das Ganze geht noch weiter, wenn ich mal darüber nachdenke, wie gehen wir mit Schuldzuweisungen um in unserem Leben? Wie schnell schimpfen wir über andere? Wie schnell schimpfen wir über die Politiker, die die falschen Entscheidungen treffen? Wir wissen ja alles besser. Wir haben es durchdacht und verstanden und wie schnell weisen wir Menschen die Schuld zu. Du bist daran schuld, der ist daran schuld, die anderen sind immer schuld. Ich glaube, wir sind dazu aufgerufen, für Menschen zu beten, für verantwortliche Politiker zu beten und weniger über sie zu schimpfen. Eine weitere Reaktion wird noch sichtbar, die Idealisierung der Vergangenheit. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Und ich muss gestehen, so geht es mir auch oft, nicht wahr? Wenn ich in einer problematischen Situation bin, dann schaue ich zurück und denke, ach Mensch, früher war es doch einfacher. Früher war es doch irgendwie besser. Das Leben ist jetzt so komplex geworden und so schwierig. Ich kriege das nicht so einfach hin. Dann denken wir gerne an die alten Zeiten zurück, wo alles doch viel einfacher war, wo alles doch viel besser war. Aber schauen wir da noch mal wirklich ein paar Kapitel zurück. War es denn wirklich so einfach für die Israeliten? Da lesen wir was anderes. Sie wurden unterdrückt, sie wurden ausgebeutet. Die Not war groß. Sie schrien immer wieder zu Gott. Gott, hol uns hier raus. Bitte hol uns hier raus. Bitte hol uns hier raus. Und damit beginnt doch die Geschichte des Exodus, dass Gott sah, hat es gesehen, dass Gott hörte, dass Gott sich erbarmte. Und dann wurde Mose geboren. So beginnt dieses Buch, was für eine fantastische Geschichte ist. Es ist eine Geschichte, dass Gott jemanden rausruft aus dieser Verzweiflung, wo sie immer wieder schreien. Wir brauchen Hilfe. Und dann befreit er sie und ist auf dem Weg. Und die sagen, ach, da früher war es eigentlich besser. Da wollen wir wieder zurück. Die Idealisierung der Vergangenheit, ich selbst kann mich davon auch nicht lossprechen. Aber das Buch Prediger im siebten Kapitel Vers 10 überführt mich immer wieder mal. Da heißt es, warum war, frag nicht, warum war früher alles besser? Damit zeigst du nur, wie wenig Weisheit du besitzt. Muss ich sagen, ja, wahrscheinlich besitze ich da wenig Weisheit. Denn früher war nicht alles besser. Wir könnten so viele Dinge aufzählen, die heute besser sind als früher. Aber natürlich ist nicht alles gut heute. Und natürlich gibt es auch heute Herausforderungen, gibt es heute Nöte, gibt es heute Dinge, die wir zu Gott bringen müssen. Aber was die Vergangenheit angeht, da sollen wir daraus lernen. Wir sollten an Gottes Taten denken und unser Blick sollte nach vorne gerichtet sein. Das sind die Reaktionen bei den Israeliten. Sie schreien zu Gott aus ihrer Angst heraus. Sie reagieren mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen und sie idealisieren die Vergangenheit. Und jetzt sind sie in einer Situation, wo sie sich entscheiden müssen. In so einer Krisensituation, das ist immer auch eine Entscheidungssituation, die da ist, die plötzlich da ist. Und für uns gilt dasselbe. Wenn wir in einer Situation sind, die so ähnlich ist, wo wir eine Krise erleben, wo wir bestimmte Herausforderungen haben, dann müssen wir entscheiden, glauben wir Gott oder glauben wir den Umständen oder glauben wir allen anderen Dingen. Vertrauen wir diesem Gott wirklich? Vertrauen wir auf das, was er sagt? Das sehen wir am Ende dieser Geschichte, wenn die Einladung zu diesem festen Vertrauen in Gott dasteht. In dieser Situation, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Mose weiß an der Situation auch selber nicht, wie der Ausweg aussehen wird. Aber er weiß eines, wir wollen Gott vertrauen. Und er sagt zum Volk, habt keine Angst, wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet die Ägypter nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Ein Experiment aus dem Jahr 1957 war ziemlich grausam. Heute ein Fall für den Tierschutz auf jeden Fall. Der amerikanische Psychologe und Verhaltensforscher Kurt Richter machte ein Experiment, bei dem Ratten in ein Wasserbecken geworfen wurden, aus dem es kein Entkommen gab. Und es wurden wilde Ratten hineingeworfen. Diese strampelten 15 Minuten und dann gingen sie unter und ertranken. Ziemlich grausam. Dann warfen sie aber gezähmte und an Menschen gewöhnte Ratten hinein und diese schwammen sagenhafte 40 bis 60 Stunden lang, bevor sie dann untergingen. Die Forscher waren verblüfft. Sie haben sich gefragt, woran liegt das? Und sie änderten die Versuchsanordnung. Sie haben irgendwie dann ein paar Dinge verändert. Jetzt nahmen sie die wilden Ratten, die sie reingeworfen haben, nach ein paar Minuten wieder aus dem Wasser heraus und setzten sie dann wieder hinein. Und das hatte erhebliche Folgen. Nun paddelten auch diese wilden Ratten genauso lange wie die zahmen Ratten, die an Menschen gewöhnt waren. Zwischen 40 und 60 Stunden in diesem Becken. Und die Wissenschaftler haben das gedeutet und haben das erklärt und haben gesagt, die wilden Tiere, die hatten nie zuvor die Erfahrung gemacht, dass jemand sie aus einer Gefahr rettete. Sie waren immer auf sich alleine gestellt. Deshalb hatten sie im Bewusstsein, dass es kein Entrinnen gibt, nach einer Viertelstunde aufgegeben. Die an Menschen gewöhnten Ratten und die wilden Artgenossen, die kurzzeitig mal herausgenommen wurden, sie machten die Erfahrung, dass eine Rettung von außen möglich ist. Und die Wissenschaftler sagen, man hat diesen Ratten etwas sehr Mächtiges gegeben, nämlich Hoffnung. Wir lieben diese Hoffnung, dieses feste Vertrauen auf Gott brauchen wir in unseren Situationen, wo wir Ausweglosigkeit erleben, wo wir Angst haben. Da müssen wir verstehen, Gott ist an unsere Seite. Er macht nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen, dass wir denken, er nimmt uns jetzt raus aus allen Herausforderungen und wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Nein, aber er ist bei uns und er steht uns bei. Und mit dieser Hoffnung werden ungeahnte Widerstandskräfte auch in uns lebendig. Die Israeliten mussten eine Glaubensentscheidung treffen. Glaube ich jetzt, dass Gott immer noch da ist? Der Gott, der uns rausgeführt hat, der uns durch all die Herausforderungen befreit hat und dann, als der Pharao wiederkommt, glaube ich, dass Gott jetzt wirklich immer noch da ist oder ist jetzt wirklich alles vorbei? Diesen festen Glauben brauchen wir, dieses feste Vertrauen und daraus ergibt sich dann ein Handeln für uns in unserem Leben. Immer aus dem Glauben folgt das Handeln. Und für die Israeliten bedeutet es damals, dass sie abwarten sollten, dass sie ruhig sein sollten, dass sie keine Angst haben sollten und einfach sehen sollten, wie Gott sie retten würde. Und er hat sie gerettet. Er hat sie durchgeführt durch das Meer. Was bedeutet das für uns? Es kann sein, dass Gott uns dasselbe sagt in unserer Situation. Warte ab, vertraue Gott. Es kann aber auch sein, dass er uns etwas anderes sagt, je nach Situation, in der wir drinnen stehen. Es kann auch sein, geh jetzt los und mach genau das, wovon du weißt, dass es richtig ist. Da muss Gottes Geist zu uns sprechen und uns persönlich sagen und führen, was für uns dran ist. Es ging heute um dieses Thema Neuanfang mit Hindernissen. Wir haben gesehen, Hindernisse gibt es bei jedem Neuanfang. Es gibt unterschiedliche Reaktionen. Bei den Israeliten waren es diese Reaktionen, Angst und der Schrei zu Gott, die Vorwürfe und die Idealisierung. Und ich möchte dich einfach einladen, diese Gedanken mitzunehmen und darüber nachzudenken, was für dich dran ist. Ein Neuanfang wird oft aus einer Krise geboren. Es ist eine Weggabelung, wo man dann vor der Frage steht, vertraue ich oder vertraue ich nicht? Welchen Weg gehe ich und wie gehe ich diesen Weg? Und vielleicht hast du auch viele Probleme und Hindernisse, die du gerade aktuell in deinem Leben wahrnimmst und siehst. Vielleicht kannst du aber auch darin eine Einladung Jesu entdecken, dass Jesus dir sagt, ja die Probleme und die Nöte sind da, aber ich möchte dir zeigen, dass ich größer bin. Ich möchte dir zeigen, dass du mir vertrauen kannst in dieser Situation. Ich möchte dir zeigen, dass du keine Angst haben musst, weil ich an deiner Seite bin und weil ich mit dir gehe. Und für manche sieht es vielleicht auch so aus, dass sie ihr Leben ganz neu oder vielleicht auch das erste Mal Jesus ganz bewusst anvertrauen sollten und sagen sollten, ich möchte jetzt anfangen mit dir zu gehen. Wir haben vorhin so ein schönes Lied gehört, I will follow von den Kindern. Ich will dir folgen. Vielleicht ist es dran, einfach zu sagen, ja ich möchte diesen Weg gehen, einen Weg, der mich herausführt aus meinem alten Leben in ein neues Leben. Dazu bist du eingeladen. Gott möchte eine Beziehung mit dir haben. Gott möchte die Beziehung mit dir wachsen lassen. Ich möchte dich ermutigen, wo immer Gott dich einlädt, da geh mit. Wenn du etwas wahrnimmst, dann sei voller Glaube und setz dich in Bewegung. Amen.